yo was geht ab leute willkommen zum heutigen stream ich wollte mario streckers charge football es wurde sich gewünscht und ich habe mir gedacht ja ich habe auch bock drauf wir versuchen auf jeden fall so weit zu kommen wie möglich da im story mode sag ich mal die ersten der wissen auch ziemlich einfach also ich denke am anfang kommt man doch noch gut zurecht ich überlege was habe ich früher einmal genommen stürmt ala wakba hat hier noch ein trocken self und ich glaube ich hatte ich glaube ich war so ein asozialer ich glaube ich hatte mal zwei knochen trockens wollen wir extrem spielen oh mein gott ja machen wir einfach ich habe es nie geschafft das durchzuspielen obwohl es immer auf normal gespielt habe ich weiß es noch ganz genau kauf den saugroboter jetzt voll bock aber dafür reicht das geld nicht wir sind so süß ich würde damit nicht mal saugen ich würde einfach nur die ich den bei mir haben und den streicheln scheiß aber ich mache jetzt diesen special move lost scheiße ich muss jetzt direkt schlecht verliere ich im ersten game oder was normalerweise rennt man in diesem ersten games nur so durch und fickt die cpu sich verliere jungen nimm den ball alter er ist so gut ich habe verloren im ersten geben ich habe verloren im ersten geben welche im ersten pokal schon nicht weiter kommt es wäre so peinlich eigentlich aber immer die ersten pokale richtig zerfickt jetzt werde ich aber zerfickt junge chill ich hatte den gamecube teil auch nur bei einem freund gespielt deswegen war der retail bei mir heftiger am start wo er macht auch direkt special moves was ist das können dass ich der erste das ist der oh mein gott ich weiß nicht was von euch gespielt hat aber erste pokal war immer so chillen milen fag ich wollte es sein so weit jetzt will ich sein yes oh mein gott das wollte ich die ganze zeit machen eine siegespose ist so geil wir spielen junge es ist 15 sekunden im game und ich werde jetzt gefickt nein ernsthaft oh mein gott oh mein gott diese wichser scheiße ich habe das war wir sind im ersten pokal ist das dein ernst mann wenn du durchlaufen willst dann hättest du nicht auf extrem stellen sollen ja ich dachte nicht dass es so extrem ist muss wir schnell zu waluigi passen bitte bitte hab gnade hab doch gnade ich brauche diesen super schuss mit dem ich drei auf einmal reinmachen kann ich habe wieder verloren der cpu auf extrem spammt doch nur diese fixer stirb das ist fußball übrigens schütte gar nur meine mein controller schütte das stimmt es halt so wie man mario striker spielen sollte einfach nur spam passt zu waluigi er noch das item waluigi steht irgendwo in amerika jungen warum stehst du denn da hinten es ist unglaublich tick dich warum kann er da hinten gehen sogar auf orange ok hier müssen leute die müssen sachen reingehen ich schwörs ich war sogar mal mit einem fußballverein so aber das weiß ich noch sehr jung war da war es jetzt fußball fußball so deswegen keine ahnung so richtig spaß gemacht hat es mir leider nie scheiße direkt kontert er mit auch orange ok warte jetzt muss ich mich konzentrieren weil wenn hier jetzt mehr reinkommen ist direkt los ok guck mal er fehlt einfach manchmal es geht direkt los ist ok ist ok ist ok nur ein ist ok oh nein er hat sich hier so ausraste in diesem spiel ne ok ist ok mit seiner peitsche alter ich bin waluigi auch so cool in diesem spiel mit diesem lila ja gewummst ist ok 4 zu 1 ist doch schon mal super gut ok gegen den habe ich schon mal verloren oh 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 nein 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 oh fuck direkt oder was ok chill nein er macht immer denselben move piss dich doch nein direkt 2 0 ok ich muss super gut aufholen nein nein oh der scheiß knochentrocken fuck mich so hart ab gib her gib doch her gib den scheiß nein 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 oh mein gott ich bin gefickt fick dich Bowser Junior 3 0 in einer halben Minute ne nach einer Minute trotzdem waluigi ist runtergefallen ok hör auf hör doch auf mein zweiter charakter ist runtergefallen ich hab doch keine charakter mehr lass den scheiß jetzt absolut hops genommen mit dem item bitte müssen müssen drei reinkommen und bin ich tot einer das ist nicht genug 4 1 nein nein waluigi kommt zurück ich brauch dich hör doch auf er fickt mich so hart warum ist er so op auf einmal nein ich bin alleine ich bin alleine nein es ist niemand hier außer dieser Cooper es ist gerade niemand hier ist gerade niemand hier wie lustig ich verkack und ich verkack das nein hör auf hör auf oh mein gott so jetzt ich hab nen stern nein ich wollte ihn ficken damit ich dann mein oh Digga es ist zu lost ich habe einfach das game zu lange nicht mehr gespielt ja nur gegen Kurt alter kennt ihr das video auf Rotten Mushroom wo ich gegen Kurt dieses Spiel gespielt habe ich habe ihn zerstört will ich mir nochmal anmerken und hier werde ich einfach nur durchgereicht so ist ok im ersten Fokal kann ich hier wieder von vorne anfangen ich will die Schwierigkeit ändern ich möchte nur als Vergleich mal zeigen was es heißt gegen einen normalen CPU zu spielen wer durchgereicht wird jetzt mal als Vergleich auf einmal werde ich hier auch hops genommen das wäre so peinlich er chillt er lässt mich einfach machen die chillen hier alle so das ist einfach es gibt kein Mittelding das ist so schade es gibt kein Mittelding die chillen jetzt hier alle beim anderen werde ich einfach nur zerstört so jetzt mal im Vergleich es ist einfach schon 4-0 in 12 Sekunden deswegen würde ich sagen würde ich sagen werden wir im Stream an der Stelle war aber noch lustig es ist richtig eskaliert hier bis dahin noch haut rein und habt noch einen schönen Tag So also Grüß so 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 so